Hier ist Tommy von EKG & Moor mit der Vorstellung unseres Sortiments im Bereich der dreirädrigen Elektrokabinenroller. Wir starten hier schon bei 5.490 Euro und zwar links hier mit unserem schwarzen, schicken Fahrzeug. Das ist der Urban Hopper Cabin. Der Urban Hopper Cabin hat eine Zwei-Personen-Zulassung. Wir haben hier eine realistische Reichweite von um die 70 Kilometer. Wir haben den Urban Hopper Cabin sowohl im 25 als auch im 45 kmh Homologation. Ich gehe jetzt hier nochmal ein bisschen zur Seite. Das Fahrzeug ist futuristisch schick, also mir gefällt das optisch sehr gut. Wir gehen jetzt mal weiter. Das nächste Fahrzeug hier bei uns im Sortiment ist der Cargowolt 3.0 hier in der Mitte. In einem schicken Hellblau. Auch Zwei-Personen-Zulassung. Auch 25 kmh und 45 kmh Homologation. Wir haben hier eine Reichweite, weil hier ist ein 80 Amperestunden-Akku verbaut. Von realistisch bis zu 80 Kilometer würde ich sagen. Ja, das ist absolut realistisch bei diesem Fahrzeug. Ist sehr gut vom Einstieg her, weil der sehr hohe Türen hat. Das sieht man hier so ein bisschen. Also ganz tolles Fahrzeug ebenfalls. Preis hier für dieses Fahrzeug 5.690 Euro. Und dann unser Spitzenmodell. Das ist der Urban Hopper Cabin Pro. Das ist der rechts hier. Also der hat ein fantastisches Raumangebot. Wir haben einen drehbaren Sitz verbaut, der den Ein- und Ausstieg erleichtert. Wir haben hier auch eine Zwei-Personen-Zulassung. Wir haben hier eine realistische Reichweite von um die 60 Kilometer. Den gibt es auch im 25 kmh und 45 kmh Homologation. Das ist das absolute Spitzenmodell, auch von der Verarbeitung her und von der Ausstattung her. Dieses Fahrzeug kostet 6.990 Euro. Wenn ihr jetzt die Tage auch schon mein Video gesehen habt zu den vierrädrigen Kabinenrollern, dann wisst ihr, wir sind hier super aufgestellt. Also nicht wie andere Anbieter, die von allem nur ein Fahrzeug da haben, ein dreirädriges und ein vierrädriges, sondern wir haben drei unterschiedliche Modelle lagernd dreirädrig und wir haben vier unterschiedliche Modelle vierrädrig. Also wenn ihr so ein Fahrzeug sucht und mal ganz in Ruhe hier auch auf meinem Gelände hier, ich habe hier so eine Lagerhalle von jedem Fahrzeug, da hinten seht ihr noch die anderen Fahrzeuge, immer eins da, da kann man ganz in Ruhe hier vorbeikommen, kann sich in Ruhe von mir beraten lassen, kann hier draußen auf dem abgesperrten Gelände auch locker eine Probefahrt mit jedem Fahrzeug machen. Also wenn ihr so einen Elektrokabinenroller sucht, dann sind wir wirklich fantastisch hier aufgestellt in dem Bereich. Wir bieten jetzt auch Finanzierungen an für diese Fahrzeuge. Das geht schon los ab 107 Euro im Monat. Also auch da haben wir jetzt die komplette Flexibilität. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video ein Like gebt. Ganz toll wäre es, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert. Super für den Algorithmus ist auch, wenn ihr kommentiert. Und teilen ist super, weil viele Leute solche Elektrokabinenroller suchen und gar nicht wissen, wo sie sowas bekommen. Das bekommen sie beim Tommy von eKargo & More. Solltet ihr Fragen zu diesen Fahrzeugen oder anderen Fahrzeugen aus unserem Sortiment haben, findet ihr hier unter dem Video in der Infobox meine Webseite mit all meinen Kontaktdaten. Nimmt ruhig den Hörer in die Hand. Ich beiße nicht, freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, Tommy. Tschüss. Tschüss.